Hallo Leute, vielen herzlichen Dank für das Einschalten und damit willkommen zu meiner Einleitung. Ich bin der Paul und ich werde Zusammenschnitte von Videos machen bzw. Gameplays, die ich mit einem Kumpel erspielt habe bzw. noch erspielen werde. Ich hoffe, euch gefällt das und ich kann euch damit unterhalten. Und wenn ihr von einem anderen Format seid, dann lasst mir gerne mal einen Kommentar da, dann werde ich gucken, ob ich das umsetzen kann. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann lasst einen nach unten da, dann weiß ich auch Bescheid. Und ich bitte um konstruktive Kritik und keinen Ge-Hater. Vielen Dank und jetzt schaut euch die Einleitung an, die ihr hier seht. Oh, zwei räumen sich ab. Na moin. Ich habe nichts damit zu tun! Kommen Sie raus, der hat einen T2-Sperr für uns. Steal-Steal-Karl-Trobs liegen da. Ja, Mies, ne, du musst nicht die Steal-Karl-Trobs. Der hat ein Handy kassiert. Hab ich gesehen. Aua, das war ein Falscher. Wow, der hat eine Bandage gehabt. Ey, du hast mir die Knochen gebrochen. Scheiße, vielleicht brauchst du eine Bandage. Oh, jetzt ist es mal gewinnt. Das war aber schönes für mich. Hallo! Hier ist noch einer. Aua. Klecke. Scheiße, leck ich. Ich lecke ihn nicht mehr so. Danke für den Autobogen. Äh, kommt irgendwo zu dir. Bist du bescheuert? Eins. Zwei. Heddy. Hinter dir. Fuck. Das juckt ihn auch. Boah! Geht's mir echt ein bisschen sauber ist das, ne? Daneben! Hallo! Ich hab keine Ausdauer! Nein! Der hat Aua! Nein! Aufmach! Kein Quatsch hier! Und ich bin fertig! Ha! Du Wixer! Kannst du mich mal abwerfen? Ah! Ich hab einen Kill! Ich hab immer noch die Anzeige, dass ich getrappt bin. Ich hab 280 Damage, ja? 600! So, und damit war's das auch schon für diese Einleitung. Ich hoffe es hat euch sehr gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann lasst einen Daumen nach unten da. Ähm... Ja, abonniert den Kanal. Und ich hoffe wir werden noch viel Spaß zusammen haben. Ja! 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 Da Prophet haste! Ey!